Musik Ich muss sagen, ich arrangee mich selber für Tiere. Ich bin überall gewesen, wo es Sea Life gibt, aber ich war nie in Timmerndorf und ich freue mich wirklich, dass ich heute dabei sein konnte, weil ich habe wirklich ein tolles Erlebnis gehabt. Ich habe viele neue Tiere auch entdeckt und Fische und es ist schön zu sehen, wie viel Energie und Leidenschaft hier in Timmerndorf Sea Life Center reingesteckt wird. Und das finde ich ganz toll und wie die Leute mit den Tieren umgehen und wie die Tiere wirklich auf die erste Stelle sind. Oh, yeah, yeah, Sea Life, Timmerndorf ist stark!